Steht ja auch zur Wahl Spieler des Monats, Jack Heidi. Galsheimer hat sich dann richtig weh getan. Tom Galsheimer liegt da, Spiel geht weiter. Jetzt wird er unterbrochen, hält sich da das Gesicht. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, aber sieht nicht so gut aus. Man hat nicht genau gesehen, was passiert ist. Hier sehen wir nochmal, der Jack geht voll gegen den Kopf ins Gesicht mit der Schulter. Nikita Schatzky, der da zugelangt hat. Man sieht es glaube ich im letzten Moment vielleicht noch auf sich zukommen, aber die Schulter geht genau gegen den Kopf. Und auch nicht wegen dem Körper. Die Strafe war keine angezeigt auf dem Eis.